triumph tiger die dritte wenn ich mich jetzt nicht irre heute widmen wir uns den vorderen bremsen da sollen ja neue bremsbeläge rein damit hier auch mal was weitergeht und ich sag ganz einfach willkommen bei nice 36 als erstes muss das tigerchen natürlich mal wieder nach oben das soll ja kein problem sein einmal dieses haben wir hier auch gut die reifen im blick dann werden wir das vorderrad mal entlasten gut was habe ich also vor ich möchte ja das vorderrad ausbauen und bei der tiger sollte man ja zuerst die klemmung der achse vornehmen also lösen das sind im bus schrauben diese beiden und auf der anderen seite haben wir das ganze nicht also wenn man die hier jetzt mal lösen das geht recht gut mit der kleinen ratsche und einer kleinen verlängerung damit man an dem plastik hier dem hier nicht so sehr hängen bleibt das soll er schließlich nicht kaputt gehen aber da hilft alles nichts für was habe ich denn das entsprechende werkzeug um mich da nicht großartig anstrengen zu müssen da hat es aber einer gut gemeint viel zu fest angezogen aber wirklich viel zu fest mein lieber man das war jetzt aber schon fast grenzwertig wenn wir uns dann hier die schraube anschauen die werden wir noch ein bisschen nach behandeln so haben wir ja eine magnet schale und da kommen jetzt diese schrauben rein und wie ich jetzt festgestellt habe dieses klack war ein zeichen dafür dass das keine edelstahl schrauben sind so in die nicht in doch in der geschichte hier ist ein innensechskant so einen schlüssel braucht man dann natürlich wenn man so eine achse lösen möchte und selbstverständlich befindet sich sowas auch bei mir im fundus jetzt muss man da nur schauen jawohl passt genau ist die größe 17 also ist eine 17 achse drin und auf der anderen seite haben wir einen 19 sechs kant und dann geben wir den ding ganz einfach mal also da hat einer da hat es einer wirklich gut gemeint und wir werden das jetzt versuchen zu lösen nachziehen ist nix moment das müssen wir mal so machen so und dann lassen wir das vorderrad noch mal runter damit das schön auf liegt jetzt kann die schon mal nicht mehr weg leute so nicht nicht mit leo weil wenn leo mir dumm kommen will bekommt leo bekanntschaft mit dem schlagschrauber so umstellen und dann jetzt wird laut so 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 So, ja, leider Gottes muss ich hier den Kompressor laufen lassen. Jetzt entlasten wir wieder das Vorderrad. Ich kann es immer wieder nur betonen, Leute, fettet eure Achsen, zieht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an und nicht mit dem Schlagschrauber. So, jetzt ist wieder Ruhe. Also, fettet eure Achsen, zieht den Dreck nicht mit dem Schlagschrauber an. Sagt den Firmen, die Reifen montieren, die den Service machen, etc., pp., bitte alle Schrauben mit Drehmoment anziehen. Ganz wichtig, weil sonst hat man nämlich mehr Probleme, als einem lieb ist, wenn man mal selber schrauben will. Ich revidiere, die ist gefettet. Das ist nicht so schlecht. Und dann sollte eigentlich das Vorderrad schon rausgehen. So, einmal Hülse auf dieser Seite, Aluminium. Einmal Hülse auf dieser Seite. Die Hülsen sind identisch. Es wäre also nicht das Problem, wenn die Hülsen vertauscht werden. So, hier geht jetzt Gott sei Dank das Rad so raus. Es kann aber durchaus möglich sein, dass die Bremssättel im Weg sind. Hier Gott sei Dank nicht. Ich brauche mal einen Fetzen zum Abwischen meiner Griffel. So, ja, was sehen wir hier jetzt im Detail? Dann werden wir mal schauen, dass ich euch das zeigen kann. Wir haben hier also die Bremsbeläge. Die Bremsbeläge haben Indikatoren. Das sind diese Rillen hier. So sitzt das da dazwischen. Und diese Indikatoren sind eigentlich noch gut. Ich werde das jetzt vergleichen mit den angelieferten Bremsbelägen von Triumph. Das wären dann selbige. Das war irgendwie ein leichter Parallaxefehler, denke ich mal. Oder der Kreuzblick, was die Dicke der Bremsbeläge anbelangt, die ich als schon am Limit diagnostiziert habe. Deswegen werden wir die jetzt mal ausbauen. Hier sitzt eine Schraube. Das ist eigentlich nur ein Verschlussstopfen. Ich mache das mal von der Seite. So. Und der muss raus. Der geht normalerweise ganz gut und leicht raus. Und der sieht dann einfach so aus. Mal das Licht ausmachen. So. Und so. Und hier vorne hat er einen Schlitz. Und im Inneren von dem Ganzen befindet sich ein Sechskant. Da sieht man den Sechskant. Die Größe müsste Fünfer sein. Schätze ich mal ganz grob. Jawohl. Ist ein Fünfer. Und dann diese raus schrauben. Ich lasse den Bremssattel absichtlich drin. Derweil, ob es ein Fehler ist oder nicht, das werden wir gleich sehen. Oder das wird sich relativ schnell rausstellen. Abgeschrubt ist er. Platsch. Ja, relativ schnell. Danke Schwerkraft. Sind wir froh, dass es runterfällt. Wenn es hochfällt, würden wir es ja nicht mehr wiederkriegen. So. Und gegenüber neu schon ein deutlicher Unterschied. Also sie wären noch nicht fällig. Das möchte ich gleich von vorne herein behaupten. Nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, der spinnt, der macht da neue Bremsbeläge rein, obwohl die noch gar nicht fällig sind. Ich mache hier einen großen Sorglos-Service, der bis Ende nächstes Jahr durchhält. Um nichts anderes geht es. Einfach einmal durchgeschaut, dass es einige Fauxpas gegeben hat. Haben wir ja gesehen. So. Was kommt jetzt als nächstes? Als nächstes mache ich immer, bevor ich irgendwie die Bremskolben zurückschiebe, die hier sind, nehme ich Bremsenreiniger. und sprühe die Kolben, den und den, um den Kolben herum ab. Warum, erkläre ich es. Die Maschine ist relativ neu. Ich habe hier eine Zahnbürste. und dann putze ich rund um den Kolben den Schmutz weg. Sieht man das überhaupt? Ja, ich glaube schon. Den Kolben so stehen lassen, wie man die Bremsbeläge ausbaut und einfach hier rundherum etwas sauber machen. Den Schmutz, Bremsstaub, Straßenschmutz lösen. Dann mit Bremsenreiniger nachspülen. Dann haben wir natürlich noch Druckluft. Jetzt wird es nochmal geschwind laut. So, sieht das Ganze dann wie folgt aus. Schön sauber. Wichtig, der Rand. Der Bremsbelag steht ja während des Betriebes, also während man fährt, immer auf einer Position. Zwar rutscht der beim, wenn sich die Bremsbeläge abarbeiten, immer weiter raus, aber es entsteht außen rundherum um den Bremskolben ein Schmutzrand. Ich nehme mal das hier als Muster. Wir gehen einfach davon aus, das hier ist der Schmutzrand, der Bereich sitzt im Bremssattel. Jetzt haben wir hier den Schmutzrand. Drücke ich jetzt den Kolben nach innen in den Bremssattel. Was passiert mit dem Schmutz, der hier dran hängt? Im Bremssattel ist ja ein Dichtgummi oder es sind eigentlich zwei Dichtgummis. Und wenn ich den Dreck in den Dichtgummi hineindrücke, was durchaus passieren kann, dann ist das zwischen Gummi und dem Bremskolben wie Schmirgelpapier. Irgendwann hat man das Phänomen, dass die Bremse verölt ist und man weiß nicht warum und schaut dann genauer hin und baut das Ding auseinander etc. PP und stellt dann fest, mein Bremssattel ist im Heimer. So, also damit verhindere ich das. Jetzt nehme ich etwas ATE-Bremszylinderpaste. Die gibt es im Kraftfahrzeug-Zubehör. Und dann gehe ich her, den sauberen Kolben, den schmiere ich jetzt damit ein. So, und hier auch. Zeige ich gleich noch einmal. Einen sauberen Pinsel nehmen oder einen Q-Tip oder was immer. im Badischen sagt man glaube ich Ohrenficker dazu. Ich habe jetzt den Kolben eingeschmiert. So. Diese Bremsbeläge bleiben jetzt noch drin. Jetzt nehme ich den Kolbenrücksteller. Man kann es auch mit einer Zange machen, man kann es mit einem Schraubendreher machen. Man könnte die Bremsbeläge wieder einbauen. Aber für was habe ich mein Werkzeug? Ich baue die Bremszange aus. Warum baue ich die Bremszange aus? Erkläre ich euch gleich. Weil, nämlich das. Ich auch die Schubstangen, die Führungsstangen sauber machen will. Und so wie ich das sehe, ist das entweder 12 oder 13. 12. Könnte natürlich auch ganz was Brutales sein, nämlich Zoll. So, ihr sollt ja dabei sein. Damit ihr seht, was ich tue. Ich mache jetzt diese beiden Schrauben auf. Hoffentlich ohne. Ja, die sind gut. Die sind vom Drehmoment her schön an. Schön und leicht zu demontieren. So. Da kann ich das vielleicht auch etwas besser zeigen. So, das wäre jetzt also der Bremssattel, den ich hier habe. Wieder auf die Seite. Das hier ist diese Führungsschiene. Die kann man einfach abziehen. Die hat zwei Führungen. Dann schauen wir uns die an, ob die schön sauber ist. hier kein Pitting hat oder keine Schmutzreste. Das sieht alles wunderbar aus. Und dann einfach auch von der Bremspaste ein bisschen drauf. Bremspaste ist auch gleichzeitig Schmierung. Allerdings ist diese Bremspaste, die verharzt nicht. Und die ist Bremsflüssigkeits verträglich. Das ist auf demselben Material aufgebaut wie dort drei, dort vier Bremsflüssigkeit. Dort zwei und dort eins und dort drei gibt es ja nicht mehr. So, wenn das eingeschmiert ist. Bremskolben Rücksteller hier einführen. Das geht jetzt natürlich wesentlich besser. Man kann hier glaube ich recht gut erkennen wie sauber das ist und wie ich das eingeschmiert habe. So, Kolbenrücksteller und dann drücken wir den Kolben zurück oder die Kolben und achten gleichzeitig darauf erstens mal dass diese Bremsbeläge nicht rauskommen und zweitens dass oben am Ausgleichsbehälter keine Bremsflüssigkeit austritt. Wo ist da der Stand? Das ist immer wichtig dass man das kontrolliert sobald das schwer geht aufhören Bremsbeläge erneuern Als erstes schnappt man sich die Bremsbeläge und entfernt den Grat beziehungsweise die scharfe Kante Hier ist rund rum eine scharfe Kante und da braucht es nicht viel Da werden wir einfach her gehen und diese mit einer Pfeile brechen Das macht man deswegen die neuen Bremsbeläge müssen sich auf die alte Bremsscheibe einbremsen Bremsbeläge verlieren und da verlieren die in der ersten Zeit relativ viel Material und wenn da eine scharfe Kante ist dann hat man unweigerlich was vielleicht schon mal jeder hatte das Bremsenquietschen und damit kann man das Bremsenquietschen reduzieren oft lässt sich es gar nicht vermeiden nämlich wenn man auf speziellen Bremsscheiben Sinterbremsbeläge fährt aus Sintermetall so ich habe hier Keramikpaste die kommt jetzt hier hinten drauf was ist das eigentlich mit dem Licht hier und hier streiche ich das jetzt ein mit Keramikpaste für die Gleitschmierung für die Vibrationsdämpfung auch in das Loch rein niemals zum Bremsbelag das sollte aber eigentlich jedem klar sein auch an dem Zapfen hier kommt etwas Keramikpaste es braucht nicht viel natürlich kann man auch Kupferpaste nehmen wer sich keine Keramikpaste leisten kann oder keine hat oder keine bekommt selbstverständlich auch Kupferpaste ist kein Thema der Kolben ist zurückgedrückt er ist sauber jetzt werden wir den Bereich noch reinigen wenn wir es sauber machen machen wir es richtig sauber so Zahnbürste Bremsenreiniger leicht anhebeln und dann einmal schrubben oft hatte ich den Einwand du hast gerade eingeschmiert jetzt spülst du das wieder runter das ist prinzipiell richtig aber die Schmierung ist ja im Kolben und nicht außerhalb so das Ganze sieht dann so aus wieder schön sauber gefällt mir sehr gut hier ist eine Klammer und da müssen die Bremsbeläge drin sitzen und die machen wir natürlich auch vorher sauber der Bremsenreiniger Verschleiß der ist schon extrem bei solchen Arbeiten so sieht das Ganze dann aus schön das ist im Übrigen eine goldene Klammer und keine schwarze Halser rein ja meine erste Triumph Tiger so schön darauf achten dass dieses Gummi dieses Gummi hier in die Nase von dem Zapfen reingeht und das gleiche hier oben natürlich auch auf der Seite dass der Gummi immer mit rausgezogen wird so und jetzt kommen die Bremsbeläge rein ja das ist alles kein Thema wer sich da jetzt aufregt drüber dass die Einbau Reihenfolge verkehrt war ja mein Gott ISO militärische Begründung mit vier Buchstaben ISO so jetzt den geschmierten Zapfen der ja immer noch geschmiert ist und der auch geschmiert bleibt schön darauf achten dass der Bremsbelag da rein fluppt so da zu mir rein fummeln Zapfen durchschieben und festschrauben zuerst mal handfest passt schon nochmal verifizieren mit einem sauberen Schraubendreher dass diese beiden Bremsbeläge weit genug auseinander stehen und dann kann der Bremssattel montiert werden so einmal noch jetzt noch hat nicht gepackt so jetzt geht's einmal nein 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 wenn dann gehst du da schon richtig rein ich hadere noch ein bisschen mit den Bremsleitungen hier die müssen nämlich da wieder den Kunststoff so so in der Fall wäre mal erledigt jetzt kommt die andere Seite dann bis zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier haben wir dann noch diese Klammern Die eine Klammer kommt hier oben hin Und wird wieder mit der Bremsleitung verheiratet Und die ABS-Leitung hier wieder hinter das Kunststoff. Beide natürlich. Schön verlegen. Und hier dann wieder die ABS-Leitung einklemmen, damit das Ganze schön verlegt ist. Gut, das war das Thema Bremsbelagswechsel vorne. Ich werde jetzt hier noch die Bremsbeläge auseinander drücken. Einmal, zweimal. Dem Einbau des Vorderrades steht nichts mehr im Wege, aber das wollen wir uns natürlich noch genauer anschauen. Ich kontrolliere natürlich auch die Radlager. Das ist klar. Dazu nehme ich meinen sauberen Lappen. Und dann werde ich da mal hineinfahren in das Loch und dann das Radlager langsam drehen. Das sieht gut aus. Sobald man merkt, dass das Ding anfängt zum Haken zu rattern oder unrund zu laufen, ist das Radlager defekt. Und mit dem Finger hoch und runter, vor, zurück. Einfach mal rumwackeln, ob Spiel zu erkennen ist. Und auch hier das Radlager drehen. Das hat, das ist wunderbar. So, jetzt kommt Schraubertipp. Ich wurde gebeten, Schraubertipps zu nennen. So, Langlebigkeit von Radlagern kann man erheblich verbessern und die Zeit, die Lebenszeit erhöhen. So, indem man auf zwei Dinge achtet. Erstens, diese Dichtlippen hier. Ja, die müssen weich sein. Richtig schön weich. So, und was dieses Radlager hier nicht hat, was ihr aber unbedingt machen solltet, ist folgendes. Hinter dem Simmering hier und dem Lager ist Luft. Und da sollte Fett rein, um ganz einfach Wasser daran zu hindern, in das Radlager zu laufen. Die Dichtlippe sorgt da schon dafür, aber etwas kommt immer rein. Infolgedessen werden wir jetzt diesen Bereich zwischen dem Radlager und dem Simmering mit Fett füllen. So, Radlagerfett wäre vorteilhaft. Ihr entschuldigt bitte, aber ich bin Mechaniker. Wenn ich keine dreckigen Finger kriege, dann fühle ich mich nicht wohl. Richtig ordentlich satt den ganzen Raum mit Fett zustopfen. Wo Fett ist, kommt kein Wasser hin. Das Fett sucht sich seinen Weg und meistens sucht es sich das Weg ins Lager und fettet zusätzlich das Lager. So, ich spreche da auch aus der Enduro-Erfahrung heraus. Ich meine, so viel Enduro-Erfahrung, das wisst ihr ja, oder das wissen die Leute, die meinen Kanal verfolgen. So viel Enduro-Erfahrung habe ich ja nicht im Fahren, aber im Schrauben. Und nichts ist schlimmer als einer Hart-Enduro zu wenig Schmierung zu gönnen. Dasselbe ist natürlich auch hier. Also es hätte mich jetzt gewundert, wenn eine Seite gefüllt wäre und die andere Seite nicht. Aber das macht nichts. Dafür bin ich ja da. Ja, wenn das Ganze dann schön eingefettet ist. Hier ist der Abstand ein bisschen geringer zum Simmerring. Aber das funktioniert. So, das war einer der unzähligen Schrauber-Tipps, die ich euch mit auf den Weg geben wollte. Ihr könnt das auch nachträglich natürlich noch machen. Beim Reifen wechseln das alte Fett, das wird irgendwann mal so ein bisschen schlunzig, ein bisschen schwarz. Und das könnt ihr dann rauswischen und einfach mit neuem Fett beaufschlagen. So, ich war mal schon vorher so frei und habe die Felge und die Speichen gereinigt. Das sieht man ja, wie schön das ist. Und jetzt, wenn wir es wieder einbauen, bevor es mit dem vorderen Radlager losgeht, ganz wichtig, diese Hülsen. Macht diese Hülsen perfekt sauber. Mit Licht. Warum ich das sage, dieser Dreck hier sitzt, dieser Bereich sitzt im Simmerring. Und wenn da Dreck drin ist, wirkt das wie Schmirgelpapier. Also, tut es euch den Gefallen, macht lieber zweimal mehr sauber als einmal zu wenig. So, jetzt haben wir diese Hülse hier sauber. Und, ich mache mal das Licht aus. Und wie man hier jetzt sieht, sind Einlaufspuren vorhanden. Das ist jetzt die von, in Fahrtrichtung gesehen, links. Von mir aus gesehen, wenn ich von vorne drauf schaue, die rechte. Die sind jetzt noch nicht so, dass man großartig was mit dem Fingernagel spürt. Und fahrt hier mit dem Fingernagel drüber. Wenn eine leichte Riefe zu spüren ist, ist das noch okay. Aber, diese Büchsen sind aus Aluminium. Und haben die Tendenz, relativ schnell einzulaufen. Und wenn diese Kante zu tief eingelaufen ist, ist die Dichtung nicht mehr gewährleistet. Das heißt, wenn ihr durch Regen fahrt, zieht ihr euch Wasser ins Radlager. Radlager, Wasser, ganz schlechte Kombination. Man kann diese Büchse auch verkehrt herum einbauen. Hier ist nämlich keine Riefe zu sehen. Wenn eine Riefe vorhanden ist, eine starke, baut die Hülse verkehrt herum ein. Die Voraussetzung, ich rede jetzt hier von der Tiger 800 XC, Baujahr 2012. Es gibt Motorräder, die haben unterschiedlich lange Hülsen, unterschiedlich dicke Hülsen. Da ist einmal der Innendurchmesser größer oder kleiner gegenüber der anderen. Die Hülsen sind also unterschiedlich und die Hülsen haben vielleicht dann hier eine Verdickung oder da hinten eine Verdickung oder wie auch immer. Das müsst ihr halt herausfinden, ob die Hülse gleich ist auf dieser Seite und auf dieser Seite. Ob da das gleich ist, ob hier das gleich ist, etc. Bei der Hülse ist es so. Die kann man verkehrt herum einbauen. Bei den anderen schaut ihr bitte selbst nach, bei eurem Motorrad. Was ist beim Ausbauen und beim Einbauen vom Förderrad immer zu beachten? Bei 99,5% aller Fälle, richtig, die Laufrichtung. Ihr habt in den allermeisten Fällen eine Rotationsangabe auf dem Reifen. Das wäre hier, Rotation, bezieht sich immer in Fahrtrichtung. Das heißt, dieses Rad dreht so rum. Aus Zoomen. Dreht in diese Richtung. Das Rad kommt also so rum rein. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Reifenhändler eures Vertrauens den Reifenverkehr drum montiert hat. Es kann natürlich möglich sein, dass es Felgen gibt, die keine Laufrichtung haben. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht ich wäre, dann wäre ich ja nicht ich, sondern jemand anderes. Wir haben hier natürlich den ABS-Ring. Und da wir ja wissen, dass der ABS-Abnehmer auf der in Fahrtrichtung gesehen linken Seite ist, muss dieser Abnehmer auch auf in Fahrtrichtung gesehen linke Seite montiert werden. Ganz einfach. So, was ich jetzt hoffe, dass ich hier dazwischen durchkomme, wie beim Ausbau. Das geht bei dem Motorrad, ohne dass die Felge beschädigt wird. Und jetzt achten wir darauf, dass wir mit beiden Bremsbelägen zwischen die Bremsscheibe kommen. Also, dass die Bremsbeläge nicht verrutschen. Ich habe schon ein Motorrad bekommen mit dem Hinweis, ich weiß nicht, irgendwas stimmt nicht, meine Bremse roffelt. Da waren beide Bremsbeläge auf einer Seite. Da hat beim Einbau irgendjemand was verkehrt gemacht. So, und drin ist das Rad. Und jetzt geht die ganze Geschichte einfach wieder rückwärts, indem wir die Hülsen einbauen. Da steht mein Fett. Es gibt spezielles Lagerfett. Ich habe das Kostrol Lithium verseift. Und da wird jetzt einfach dieser Bereich, der in den Simmering gleitet, eingefettet. Den Rest bitte nicht. und schmiert auch innen ein bisschen Fett rein. So. Und dann wird das Ding so rum montiert. Die Felge geht natürlich jetzt wunderbar rein. Das muss bei euch nicht so sein. Es gibt durchaus Bereiche die nicht Bereiche, was rede ich denn schon wieder? Felgen und Bremsen und so weiter und so fort, wo das Ganze nicht so einfach funktioniert. Da müssen zuerst die Bremssättel ausgebaut werden, dann vielleicht noch die Ankerplatte, dann kann man das Rad rausnehmen und so weiter und so fort. Ist von Motorrad zu Motorrad verschieden. Und ihr werdet das aber mit Bravour meistern. Da bin ich ganz sicher. So. Zweite Distanzbuchse ist drauf. Und jetzt wird das Ganze wieder reingeführt. Wir verifizieren in jedem Fall noch einmal, dass die Bremsbeläge zwischen den Scheiben einer hinten, einer vorne ist. Dass der Abstand passt. Und dann holen wir uns die Achse, die auf einem sauberen Lappen liegt. So. Einmal verifizieren, dass kein Schmutz vorhanden ist. Ist es auch nicht. und wir nehmen sauberes Fett und geben dem Ganzen ein Rostschutz und Gleitcoating. So. Nicht auf das Gewinde kommen. Dann ist es hilfreich, hier im Inneren etwas Fett aufzutragen. Ich zeige euch nachher noch einen Trick. So. Das restliche Fett kommt wieder hier rein. Und dann schieben wir mal die Stange durch. Ich habe natürlich den großen Vorteil, dass ich das Vorderrad mit meinem Scherenheber ausdistanzieren kann. Das heißt, ich kann das Motorrad in der Höhe so verstellen, dass ich die Stange mit einem Finger durchdrücken könnte. Würde. Mache. Indem ich da jetzt einfach etwas runterdrehe, dass das alles in einer Ebene ist. Dann kommt hier die Stange rein und dann drücke ich hier mit dem Finger durch. Hier muss ich noch ein Stück höher. Noch ein bisschen. So. Und dann muss ich hier auf der anderen Seite schauen. Natürlich ist es wichtig, dass das Rad auch gerade drin steht. Was es jetzt tut, einfach rechts und links einmal durchschauen. Nicht mit Gewalt, nicht mit dem Hammer. das ist alles nicht notwendig. Wenn ihr das Motorrad zur Achse ausmittelt, dann fluppt das Ding hier von Hand rein und ich kann das ganz locker von Hand anziehen, ohne dass ich irgendwie mit dem Vorderrad rumhantieren muss. Wer so einen Scherenwagenheber nicht hat, Hebebühne redet man ja gar nicht davon, die hat sowieso nicht jeder. Wenn ihr auf dem Boden rumkrabselt, schiebt euch unter das Vorderrad ein Holzbrett und das Holzbrett könnt ihr dann anheben und das Rad positionieren. Ich kann das vielleicht auch mal irgendwann zeigen. Die Radachse schraube ich jetzt gleich mal Hand fest. Das war's schon. Das ist nicht das Ende vom Lied. Wie die Radnarben im Prinzip festgezogen werden, ich suche mir jetzt mal von der Triumph Sprint, Speed Triple und von der Daytona das Anzugsdrehmoment raus. So, fündig geworden. 65 Newtonmeter. Also geben wir dem Ding einmal 60 Newtonmeter. 60 und 5. So. Mal etwas ablösen. So, Steckachse. und dann hoffen wir mal das Gewicht reicht. So, also das fühlte sich jetzt nach richtig an. Jetzt kommen diese beiden Klemmschrauben wieder und da hatte ich ja gesagt bei den Schrauben hier, die werde ich mal kurz behandeln. Nämlich mit der Messingdrahtbürste. So. Das sieht dann so aus. und die zweite mache ich auch gleich. So, da haben wir die auch sauber. Ein kleiner Tupfer Keramikpaste. Das reicht schon. Und da rein. Dann ziehen wir das hier an. Warum bin ich eigentlich so faul. Was heißt so faul? Ich habe doch alles Werkzeug da. Das ist eine 6 Newtonmeter Ratsche. Die zieht die Schrauben mit 6 Newtonmeter an und schaltet dann ab und die hintere Bremsen vordere Bremsen Räder Anwendung Vorderachs Spindel Achs Bolzen 65 Klemm Schrauben Vorder Radachse 20 Newtonmeter Da werden wir natürlich nicht mit der dicken Mama rangehen sondern unseren kleinen Drehmoments Schlüssel nehmen Sehr zu empfehlen Proxon Werkzeug Lang haltbar und super in der Qualität auch schon ein älteres Semester Licht aus den stellen wir jetzt auf 20 Newtonmeter ein 18 19 20 Zug So und dann kriegt das Ding hier 20 Newtonmeter einmal das Anziehen mit Drehmoment hat natürlich den größten Vorteil löst ihr später die Schrauben wieder habt ihr keine Probleme so wir haben jetzt als allererst den Bremsklotz Haltestift der bekommt 18 Newtonmeter einmal mache ich auf der anderen Seite auch gleich weil das bietet sich ja an so und dann kommen die Schrauben vorderer Bremssattel zur Gabel 40 Newtonmeter 40 Newtonmeter vorderer Bremsschlauch Bremsschlauch in der Flüssigkeit Bremsschreibe Bremssch Vorderer Bremsscheibe zum Rad jo Vorderer Bremssattel zur Gabel 40 Newtonmeter da braucht man dann die Big Mama weil mein kleiner Drehmomentschlüssel das nicht verpackt so geht mein von Hand angezogenes passt exakt wie man gesehen hat hat sich ein kleines bisschen bewegt und erst dann geknackt also mein Drehmoment war von Hand fast exakt 40 Newtonmeter bin begeistert so auch gleich wegräumen jetzt haben wir den Verschluss Deckel wo ist mein Schraubendreher ich komme wieder durchs Bild der wäre da und nochmal wenn ihr euch fragt was auf meinem T-Shirt steht da steht drauf ich bin über 50 bitte bitte bringen sie mich zu meinem Motorrad der Verschluss Deckel kommt hier drauf handfest anziehen man darf auch mal abrutschen aber man sollte so abrutschen dass dem Verschluss stopfen nichts passiert das ist auch so ein bisschen eine Gefühl Sache was das Abrutschen anbelangt wir werden verifizieren dann noch einmal dass alles an seinem Platz ist dass die Schwimmsättel wie man sie ja nennt ich hätte so gern noch mehr Platz dass sich diese hier leicht bewegen lassen was sie auch tun und jetzt ist es wichtig dass man die Bremspumpe betätigt die ja bekanntlich da oben irgendwo ist einfach durchziehen bis die Bremsscheiben bis die Bremsbeläge an der Bremsscheibe anliegen ich nehme meinen Scherenheber etwas nach oben drehe das Rad und verifiziere dass die Bremse perfekt funktioniert was sie auch tut so liebe Freunde des schlechten Geschmacks das wäre erledigt Vorderhufe neu bestückt Bremsbeläge neu wir haben verifiziert die Radlager sind bestens es wäre auch ein Wunder wenn sie es nicht sind oder wenn sie es nicht gewesen wären wir haben alles mit Drehmoment angezogen was wir abgeschraubt haben die Drehmoment Werte sind jetzt nicht exakt für die Triumph Tiger 800 XC Baujahr 2012 ich kann euch aber beruhigen es gibt Drehmoment Angaben für Schrauben nicht für Motorräder sondern für Schrauben und je nach Gewinde ein M6 Gewinde zum Beispiel bekommt meistens zwischen 8 und 10 Newtonmeter maximal und so hangelt sich das hoch über M8 bis 40 Newtonmeter M12 bis 60 Newtonmeter und so weiter und so weiter vor der Baum alles bestens das nächste allerdings in einem nächsten Video schätze ich wird sein das Lenkkopflager einzustellen für diesen Film sage ich mal Cut Episode Vorderrad erledigt und ja Episode Vorderrad erledigt es gab keine Überraschungen die Felge ist wunderbar sie läuft auch rund hat man ja gesehen die Bremsbeläge waren doch nicht ganz so am Limit Bremsflüssigkeit wird jetzt natürlich noch erneuert das ist klar das kommt aber wiederum in einem anderen Video ich werde mich jetzt im folgenden um das Lenkkopflager kümmern dass das wieder fluppt wie es sein soll und sage bis dorthin tschüss und macht's gut vergesst nicht unten in die Kommentare schreiben gebt mir einen Daumen hoch damit ich auch weiß das Video kommt bei euch an wenn ihr Kritiken habt haut rein in die Kommentare ich bin für jede Kritik offen wenn ich zeigen soll erklären soll ebenso einfach unten in die Kommentare schreiben einen Daumen hoch nicht vergessen und das war's für heute bis zum nächsten Video bei NiceEye 36 Ich Ich Ich